Oh Gott, hab ich lange hier geschlafen. Ähm, wo sind wir denn hier? Das sagt mir ja überhaupt gar nichts. Ähm, Tens! Hey, Tens! Wo bist du? Wo ist der Typ hin? Ich hab... Ah mein Gott, ab! Oh mein Gott! Ja, wo sind wir denn jetzt? Was ist denn hier überhaupt? Was soll das denn? Keine Ahnung. Ich kenn diese Umgebung gar nicht. Oh, guck mal, mangas hier. Den hab ich schon. Den hab ich schon. Guck dir mal diese nette Kamera an. Welche Kamera? Oh mein Gott, das ist ja cool. Cool, oder? Das ist ja genau unsere Größe. Oder nicht nur eine Speicherkarte. Nimm die mit. Oh Mann, das ist ja schwerer als gedacht. Oh Gott, was sagst du denn da vorne? Das ist eine Klippe! Eine, eine was? Ich würde ja dann sagen, heute keinen Film. Sorry. Can? Can? Hi und herzlich willkommen zum ersten Apple Award im neuen Jahr. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind echt stolz, dass ihr da seid. 400.000 Abonnenten können sich nicht irren, aber keine Sorge, dieses Jahr wollen wir noch mehr zusammenreißen. 2014 war schon cool, aber 2015 wird awesome. Danke, dass ihr alle so treu dabei geblieben seid. Danke an alle, die noch kommen werden. Und mit euch zusammen legen wir es richtig los. Auf geht's! Can, was hältst du von Körperhygiene? Naja, ich weiß nicht. Ich so als Gamer hab das jetzt nicht so mit der Körperhygiene. Ich meine, zockst du jetzt noch eine Runde? Oder gehst du duschen? Ich weiß, ich ist jetzt nicht so... So, die zurück! Keine Sorge, wir haben alles unter Kontrolle. Was macht ihr mit sinnvollen Fragen? Was machst du da? Ich sammle sinnvolle Kommentare. Sinnvolle Kommentare? Ja, tatsächlich, die Leute schreiben sinnvolle Kommentare. Guck mal, der hier zum Beispiel. Was? Ja, das ist noch common, aber der hier... Oh mein Gott, der ist ja richtig gut, ey! Ja, der ist epic rare. Und pass auf, der hier... Der ist auch klasse. Wow, der ist ja schon legendär! Krass! Ja, und was machst du dann damit? Pass auf. Ihr habt doch YouTube-Partnerkräfte. Riecht eure Kacke eigentlich auch? Oh, ich muss voll... PISSEN! Nee, was soll grad kacken? Ach, kannst aber reingehen, ist unbedenklich. Oh! 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 Oh, das wird knapp! Oh mein Gott! Sind wir eigentlich dumm, wenn wir euch gucken? Naja, sagen wir mal so... Was ist dümmer? Derjenige, der es macht? Oder der, der es guckt? Hast du uns grade gedisst? In meinem Kopf klang das irgendwie schlauer. Chan, wie gibt man jemandem einen Korb? Also, ich find das jetzt nicht so schwer. Hey, Tins, komm mal kurz. Hm? Was denn? Hier, bitteschön. Äh, der ist übrigens voll, den kannst du rausbringen. 2014 war ja mal voll kacke. Wie wird das Jahr 2015 bei Apple war? Woo! Back in action, Baby! Auf geht's, arbeiten! Boah, du bist ja voll dabei. Ich bin auch voll motiviert. Klasse! Und wie läuft's bei dir so? Könnte nicht besser sein! Meine Magie wird sichreich sein! Und bei dir? Jada gegen Valera! Alles perfekt! Boom! Yeah! Produktiv! Könnt ihr diese Frage ehrlich beantworten? Ja! 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 Was haben Schmetterlinge im Bauch, wenn sie verliebt sind? Wollen wir doch mal schauen, da ist ja schon einer. Oh, ich bin so verliebt! Backsteine. Nervt euch das, wenn euch immer die gleichen Fragen gestellt werden? Hi und herzlich willkommen auf FailForce! Hier ist euer FailNinterChan und... Was willst du? Wo hast du die Jacke her? Hast du schon mal in die Videobeschreibung geguckt? Ah, okay. Hi und herzlich willkommen auf... Hey! 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 Was? Welche Kamera benutzt ihr? Du könntest einfach mal in die Videobeschreibung gucken. Ah, okay. Woher krieg ich dieses Apfelkissen? Wie wird wohl die Antwort lauten? Videobeschreibung. Es tut mir leid wegen den ganzen Störungen. Aber davon lassen wir uns auch gar nicht mehr irren und machen direkt weiter. Hey! Oh mein Gott! Kann ich mal eben das... Halt ab! Kannst nicht! Mensch! Mensch! Guck doch einfach in die Videobeschreibung! Mann! Ich wollte einfach nur fragen, ob ich da eine Gesichtscreme benutzen darf. Äh... Äh... Oh... Niemand will das meine Gesichtscreme! Au! Falls ihr auch eine Frage habt für Angriff der Frage, dann stellt sie doch unten in den Kommentaren. Und lasst ein Abo und einen Daumen rauf da, das wäre echt reizend. Und falls ihr im Outro sein wollt, dann verlinkt eure Bilder doch einfach auf unseren Instagram-Accounts. Alle, die liegen sind dazu unten in der Videobeschreibung. Falls ihr das Best of Apple War 2014 noch nicht gesehen habt, einmal hier klicken. Ansonsten gilt das gleiche wie jedes Jahr. Und zwar... Bist du ne Bitch und keine Whore? Dann abonniere Apple War!